Zürich 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 Ich habe die Wie gesagt, da treffen sich die Damen der 800 Meter und der 1500 Meter. Anna Klein ist dabei. Und jetzt sind wir schon zu viert, da es gleich bei 600 Meter durchgeht. 600 Durchgang, 1,35, 4. Also, da kann man 1,2, 39, kann man noch aufnehmen. Da kann man jetzt noch mal ein bisschen den Mürkow zündeln. Wir trauen dabei und wir klatschen ein, wir zeigen mal, wie hier die 1000 Angefolge ist. Kommt! Anne Thornar, Diana Sujes, bitte 309, Hanna Klein kommt jetzt. Ebenfalls mit dabei mit der 283, Justin Marshall. 208 der Durchgang. Jetzt kommt 208, Justin Marshall. Auch jetzt! 208 der Durchgang. Jetzt kommt die Anna Sujes, letzte Woche ab 52 in Berlin gelaufen. Vor Hanna Klein kann alle Tauben nochmal konteren. Kerstin Marksen sieht sehr gut aus, ganz überraschend. Aber die Anna Sujes ist traurig, jetzt die letzten 100 Meter. Jetzt kommst du da, Kerstin Marksen, sie ist noch mal reden. Das denkt man gar nicht. Anne Thornar geht in den Verweihung. Die Anna Sujes, die kann sich da durch. Vor Kerstin Marksen, für Anne Thornar und für Hanna Klein. Und wir haben eine Zeit von 2,40, 06. Das hat mir nicht geklappt mit der 40er Zeit. Mit der drückenden Zeit für die Anna Sujes. War trotzdem ein tolles Rennen. Sie wollte mit nur noch 2,40 laufen. Die 2,40, 06 oder 03 hatte sie schon. Aber hinten raus ordentlich fest.